I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Erstes an gegen Jan. Hau die Bänder. Hau die Bänder an. Wenn der von einer Frau gekillt wird, Alter, nach mir an Abbau, der schon ganz an Stress mit Frauen hat, die voll traurig ist das. Brauchst du noch mal Leben? Na geh. Okay. Das wird jetzt witzig. So, wo ist denn Jan jetzt hin, Mann? Am nächsten Mal kriegst du auf jeden Fall trotzdem. Danke. Boxt ihn. Wenn ihr nicht kommt. Jan! Du bist dran. Ja? Scheiße sterbe, ich darf nicht mal essen. Ich geb dir Essen. Ich fall hier gleich um. Essen. Oder trinken. Trinken hab ich nicht. Trinken hab ich leider nichts. Gib essen. Ich hör auf alles. Ich hoffe das ist richtig. Oh Mann. Ich hab mich gerade kurz über... Ein richtiges Deutsch geworden. Oder? Allmann. Allmann geworden. Muss gegen das Mädchen da vorne. Fass doch früher. Schau mal. Du? Fass. Fass doch früher, Dinks. Mit so... Missessen. Missessen. Wollt ihr Ankündigung oben oder soll ich dann los sagen? dein alter kollegen wurde jung warst und so wieder angebung machen los dann einfach oder los ankündigung ankündigung das ist nicht richtig in den kopf rein vertraue ich komme jetzt auf die fresse abonad errollen auf mein gehst abonad er uns schreibt du bist du junkie ich schreibe mega 1 0 für jan ankündigung danke es gibt drei runden hatte hier richtig ja du bist so ihren los du hast eine frau verproben lassen wir schon hallo welche muskel ist aus welcher leer da ist der ja los können wir noch eine runde los ziti 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 sehr schön sehr schön oh mein gott ah ja die braucht kein schönheitssystem mehr ja pass dann kann ich auch mitmachen So 1 Cent, so 1 Cent, jetzt kommt wieder Ankündigung an Mädels, eigentlich, aber egal 1 Cent, hol dich gleich, so, letzte Runde, ja ich komm schon, einen Moment, ich bin nicht so schnell Mann, nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht, voll drauf jetzt, so, mach nochmal Ankündigung bitte Let's go War's das? Gut geschlagen, ja Ja, bisschen Kopfschmerzen zu erscheinen Ja, das ist Ich hab, keine Sorge, pack den nachher ein Dankeschön Dann schaffst du, schaffst du Aber, aber war stark, war stark Ich glaube auch Und jetzt Oder das andere Mach mal das andere Mach mal das andere Mach mal das andere Ja Einmal 6 6 und 7 Und 15 Ja Na ne, einmal Tom, einmal du, ok, 6 und 7 nehmen wir jetzt Ja Also, nein, 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 war auch nicht ganz schön Achso Ein, ein Moment noch, ich muss dich erinnern Ja Einfach und, also, deinen Namen kenn ich eh Ja Servus 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 gegen caesar oh jalla jetzt oder wie? ja 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 mann enttäuscht mich nicht dasche mann deine dasche enttäuscht mich nicht ja ja alles gut ja ok man ja ok man sag's im medic ich bin super genial war leid Achmat naja jetzt hab ich den Typen nicht mehr da was mein Announce macht ich mach in der Luft und schrei los ja mann ist da sind die beide ready? ja ich bin nicht bereit hier ist nicht bereit? ich bin nicht bereit ah John ist auch hier deine erste Gefresse hab ich gar nicht gesehen bist du ein Wahnsinn das ist nicht Hugo ich dachte schon wann gehts los? du schaffst es soll ich starten oder? gib ihm Karuna der Roll jetzt voll in die Schnauze ja ich rede auch mit dem oh die klasse mach ich dich kaputt hier sch 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 hier Alten oh shit du booth retched defekten exakt 500 negativ siempre laut ja jah du ah du dir du du vor olha ja ok ok danke geht schon nein nein ich schaff das schaff das nein du schaffst du das nicht ich schaff das wir glauben an dich da sind die falafel fuß da hier ich mache dich kaputt wieder ahahahahahahaha eine schlitzung! wir glauben an dich! wir glauben an dich! wie wir glauben an dich! wir glauben an dich! Was hast du? Ich bin Parchi-Reraft. So 2-0! Bereit! Ja nun mal ich weiß nicht die 2-0 hier. Komm los komm, wir bringen das 20 jetzt! Geh John John los! Hey, du himmst in deinen Abstand hier und dann kriegst du die Locker drauf! Ja ich mach was, du gehst dann aus Verlappen ab! Ja, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich muss sagen, ich hab an den Modeler. Ich hab an den Medi geglaubt. Ich bin... Entschuldigung. Hey, 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 hey! Mann! Hört mal locker. Ich hab da was gemacht. Ich hab mich idiot schon wieder. So, eine Zahl zwischen 1 und 16, außer... 13. Okay. Ich will noch was anmerken. Keine Kampfstellung. Der Typ hat keine Kampfstellung. Der Typ hat keine Kampfstellung. Der durchgehend nur gehauen. Das war keine Kampfstellung. Das war kein fairer Kampf. Der erwartet, dann ist er disqualifiziert. Wo ist er, Ahmad? Der Typ steht da. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ja, ja, ich hab's gesehen. Junge, das war nicht fair. Ich hab gesagt, in Kampfstellung. Du hast die ganze Zeit nur draufgeboxt. Ja, die... Die Kollege, die hatte auch keine Kampfstellung. Ich hab's versucht. Die Regel ist in Kampfstellung. Entweder wollt ihr Wiederholung, oder... Ja, komm, die Wiederholung, ja. Wiederholung? Au! Ja, ihr... Ihr müsst so stehen, Medic. Ja, hab ich ja gemacht. Ja, hab ich ja gemacht. Ja, aber ja nicht, ja nicht, ja nicht. Ja, ja. Genau. Ja, Wiederholung. Ja, ich bin seit zwei Stunden war. Achmed, der Betrüger! Kollege, in mein Land, du musst du gucken, wo du bleibst. Ja, mein Bester. Nein, na, ist gut schon. Sind wir die Einzigen von unserer... Von unserer... Von unserer... Von unserer... Von unserer... Von unserer... Ja, ich bin nicht jetzt in Karl. Ja. Ja. Sorry, sorry. Ja, scheiß drauf, lasse Kämpfer. Oder... Ja, warte, ich muss... Was? Er hat mich ja geschlagen. Ja, warte. Hey, brauchst du einen Verband? Hab ich schon, hab ich schon. Ja, dann mach's selber. Du bist auch auf die Fresse, oder was? Ja, es geht auch mit dir ab. Ich fick dich gleich stoppelt und reinverband. Ich schwör dir alle. Guck dir diese Heiwarten an. Ich hoffe, ich komm gegen dich dran. Dann zeig ich dir, wie ich dich ficke. Ja, Mann. Geht's ja ruhig. Mal sehen, Alter. Hast du einen Siegling untermauern, oder was? Nee, ich hab auf jeden Fall keinen Tester, Jungs. Alles natural. Ja, ja. Würde ich auch behaupten. Wir sind bereit, Mann. Komm, ey. Konzentriere dich mal auf die Fights. Ja, ja. Wir sind bereit, Mann. Hab ich doch schon schon gesagt. Schieß dir gleich in den Kopf. Jetzt geht's los. Ja, mein Bester. Du bist Gewinn-Medic. Komm, hau den. Ja. Klatschen. Wann komm ich dran? Ja, die haben Wiederholung, weil er falsch gekämpft hat. Okay. Jetzt ist er nicht mehr so stark. Stark, Mann. Oh. Oh. Komm, noch eine Faust. Eine Faust. Oh. Schön. 5.000 auf den Medic. Wer bietet dagegen? 5.000 auf den Medic. Wer bietet dagegen? Wer bietet dagegen? Danke, 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 danke. seid ihr bereit wartet ganz kurz ja schon hast du bock zu wetten was ist 5000 auf dem medic ja du willst auf medik wetten ja wir zu regen ja 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 jetzt bist du nicht mehr so stark ich habe ich nicht mehr so viel kraft links rechts mein bester links rechts und dann gebe ich mir die faust ja ja sag bist du schwerhörig gewinnen ich habe selber nicht gedacht dass das jetzt so lange geht und so viele hier sind wenn es 11 ok ab sofort zwei runden in voll gewinnt komplett gewonnen okay nein ist zwei insgesamt drei stücke dings wenn drei kämpfe gefallen sind dann steht ja 21 und dann ist können ja nur 21 und entschieden geht ja nicht immer besser ich brauche uns alles gut komm schon Medic jawoll gib ihm fau den auf die Fresse ja komm jawoll das war auf die Nase wohl Cesar gewinnt jetzt auf einmal ist er schwach oh ey Toro wo bist du? ja alles nur wegen Problems sag mir noch eine Zahl du hast vorhin 13 gesagt und noch eine fünft du er macht fünf was jetzt? danke man danke Hermano danke ah fünf was war um siehst du die Vorum war ich schon ausgeschifft das ist der komm her komm her komm her egal du bist wie mein Bruder wenn du gewinnst du hast wie ich hab dich gewonnen bist doch deine Auge erst doch du brenn mit dir auf komm wo ist Tim wo ist Tim wo ist Tim wo ist Tim ich brauche ich brauche Tim wo ist Tim die Gastai ich bin ich bin Giovanni Giorgio ja ich brauche Tim warte Giorgio wer ist Tim bist du nicht? ich lasse ich mich wer ist Tim ja dann geh ran ich bin nicht von dem Platz ganz schön ich bin nicht von dem Platz oh scheisse man der Testo Typ der wird dich zerficken Yo Homie, der weiß gar nicht was ich bin Digga, ich bin der einzige Spielfighter. Der hat ja aber einen kleinen Penix. Einen kleinen Penix hast du gleich Digga, wenn du dich draußen sehst. Werd ihr bereit, Berde? Ich kenne dich jemanden, der in dem Bereich reicht trotzdem die kleine Penix. Wo ist mit John hin jetzt? Und die kennst du auch? Kleine John ist von deinem Fahrrad kennengelernt. Ja John ist nicht hier, Mann. Achso, jetzt ist ja eh er. Ist eh wieder hier, wo ich nachmacht jetzt. Da, mach Ankündigung los. Ich? Und den Testotypen? Oh, er hat geschlafen. Der ist kämpft, Bruder. Oh, er wollte ausreißen. Er reinsteißen. Oh, im Testotypen. Oh! Oh, fuck! Stab, Mann! Die waren dann doch ein Giffspunker. Blatttyp, sag mir deine D, ich seh die nicht. 184. Danke. Kontestotyp. Links-Rechts-Kombination, mein Bester. Der ist nur aufgespritzt. Du weißt gar nicht, was hinter seinem Körper ist. Machst du los wieder, danke. Mach auf Anabolika! Anabolika! Hey, komm! Oh! 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 so letzte runde dann sagt mir mal deine e-bahn erde bereit ja ja dann los verkauf und anabolika alles recht man ich will nur wieder den kampf zu sehen jawoll gebiet ooooh ooooh schnitz 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 ja was los schnitz 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 schnitz